Katja scheint mit ihrem kürzlich erschienenen Song Doggy richtig durchzustarten. Nach wenigen Tagen knackt sie bereits die 4 Millionen Klicks Marke und sogar in den deutschen Charts hatte sie für kurze Zeit den Thron, sagen wir mal, bestiegen. Nach mehrerem Hinschauen tut sich aber eine besondere Frage auf. Dass der Pizzabote wahrscheinlich nur für das Musikvideo hinhalten musste, sollte klar sein. Doch zum Ende hin taucht plötzlich ein anderer Gentleman auf, von dem Katja sichtlich angetan ist. Dabei handelt es sich laut eines Bekannten der 21-Jährigen um den Freund Katjas. Fans spekulieren heftig, doch so richtig äußern wollte sich die YouTuberin noch nicht. Vielleicht ist das auch gar nicht mehr nötig, denn ein enger Bekannter von ihr bestätigt nun in einem Live-Interview via Skype mit Promi-News, dass es tatsächlich er heimlicher Verehrer sein soll. Kein Wunder, dass sie sich dazu noch nicht geäußert hat, denn immerhin prallen auch die Viertelmillionen Dislikes an ihr ab, als wären sie gar nicht existent. Und ich stelle meinen Namen Katja!